Wir sind im wunderschönen Reisbach im Kreis Saarlouis. Neben mir steht sozusagen eine unserer großen deutschen Darts-Hoffnungen und er kommt auch noch aus dem Saarland, Gabriel Clemens, the German Giant. Hi. Hallo, guten Morgen. Du bist ja Saarlouis, wir sind ja auch hier bei Radio Saarlouis, aber als gesamte Saarland interessiert es natürlich auch. Du hast dich jetzt sozusagen als Dart-Profi selbstständig gemacht, das ist blöd gesagt, aber du bist jetzt aus deinem Beruf raus und bist Dart-Profi geworden. Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, ich bin seit Februar freigestellt von meinem Arbeitgeber im EVS und bin jetzt sozusagen Profi bis nächstes Jahr Februar und dann muss ich halt entscheiden, ob ich weitermache als Profi oder wieder zurück auf die Arbeit gehe. Das heißt, es müssen einige gute Ergebnisse her. Wie waren so die ersten Monate als Profi? Bist du damit einigermaßen zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dreimal von sechsmal qualifiziert für die European Tour, habe zweimal im Finale gestanden bei Player Championship Turnieren. Also bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden und ja gut, ich brauche natürlich noch ein paar gute Ergebnisse bis Ende des Jahres, aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch eine Weltmeisterschaft am Ende des Jahres in London. Da hast du auch sozusagen quasi, bist du zum ersten Mal so richtig auf die große Bühne aufgetreten. Erste Runde gewonnen, zweite Runde dann knapp verloren. Da hat sich das schon so relativ stark auf deine Person fokussiert. Ja klar, der Medienrummel ist natürlich deutlich höher wie das ganze Jahr über und natürlich mehr Kameras, mehr Zuschauer und ja, es ist einfach schön dort zu spielen. Wie hat das denn eigentlich angefangen als Darter? Da in der Kneipe irgendwo? Du kommst aus dem Kreis Beck, aus dem Raum Merzig, Honsrad glaube ich? Genau, aus Honsrad. Ja, so wie bei fast jedem wahrscheinlich mit Freunden in der Kneipe Dart gespielt und irgendwann ein bisschen höher, also gemerkt, dass man ein bisschen besser ist wie die anderen und dann halt in einer Liga angefangen und dann so immer höher in den Ligen gespielt und halt irgendwann deutschlandweit gespielt und irgendwann international. International sagst du, du hast wahrscheinlich schon gegen ziemlich viele bekannte Darts-Größen gespielt. Wer steht so alles auf deinem Speiseplan tagtäglich, wenn du deine Turniere spielst? Ja, gespielt habe ich schon gegen Gary Anderson, Peter White, James Wade, Michael Smith. Ich glaube, Van Gerven fehlt mir noch. Ja, der wäre ja schon ein schönes Finale dann irgendwie im L.D. Pally in London. Ich hätte nichts dagegen. Du, nee, aber ernsthaft, du bist ja noch relativ jung, also zum Darts-Spielen. Man kann das relativ lang machen, sieht man ja an Phil Taylor, der jetzt auch erst aufgehört hat. Natürlich, Phil Taylor ist Outstanding als Dart-Profi, aber man kann noch einiges erreichen. Das heißt, du bist ganz gut im Zeitplan, wenn man denn den Weg hat oder den Plan hat, wirklich mal so in die Verlangung der ganz Großen einzubrechen. Ja, auf jeden Fall. Also es sind viele Spieler, die erst mit über 40 wirklich in die Weltspitze gedrungen sind. Also da jetzt Gary Anderson, Peter White oder so ist, die waren schon deutlich über 40. Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt hast du ja sozusagen den ganzen Tag Zeit zu trainieren. Was trainiert denn oder wie muss man sich das vorstellen? Stehst du den ganzen Tag da und wirfst dann wirklich mal 3x20, Doppel-1, Out oder hast du einen gewissen Trainingsplan auch, den du da verfolgt hast, heute muss ich das machen, morgen muss ich das machen? Man versucht es halt abwechslungsreich zu machen. Man trainiert Triple 20, also das Scoring, dann versucht man die Doppel zu treffen, dann versucht man Finish-Wege zu spielen. Da gibt es halt verschiedene Trainingsspiele, die man dann spielt, dass es nicht langweilig wird. So, jetzt ist ja hier Reisbach und wenn du da hier für dich trainierst, ist Ruhe. Jetzt stehst du aber auf der großen Bühne, zum Beispiel in Saarbrücken am Wochenende, da wird ja auch die Saarlandhalle wieder voll sein beim PDC-Turnier. So, und dann ist das Publikum unten. Da gibt es den emotionalen Walk-on, dann sind alle Augen auf einen gerichtet. Ist das doch schon eine andere Situation? Ja, auf jeden Fall. Es wird anderes. Man versucht es halt auszublenden, natürlich funktioniert das nicht. Also man hört schon die Geräuschkulisse. Aber das ist auch schön, also macht einfach Spaß da zu spielen. Jetzt bist du, glaube ich, Nummer 56 der Weltrangliste. Ist das deine beste Platzierung oder warst du schon mal besser oder wo soll es noch hingehen? Ich wüsste jetzt noch nicht, warum ich Nummer 56 bin. Ich habe es zumindest gerade mal im Internet geguckt, aber durchaus bei PDC oder bei Darts. Aber das müsste meine höchste Platzierung sein, das ist schon richtig. Aber ja, ist relativ egal. Ich muss am Ende des Jahres so nach der ersten 64 sein. Und dann behalte ich meine Tourkarte, dann kann ich nächstes Jahr wieder auf der Profitour mitspielen. Und das ist eigentlich das einzig Wichtige. Wirst du eigentlich so von der PDC dann zu den Turnieren eingeladen und die zahlen dir das Hotel und die Anfahrt und den Flug dorthin? Oder bist du sozusagen eine eigene Ich-AG, die das dann für sich selbst trägt? Schön wäre es, aber nein, wir sind eine Ich-AG und wir bezahlen Flug, Hotel, Transfers, Essen, Trinken, alles selbst. Dabei helfen dir auch einige Sponsoren, die du jetzt auch irgendwie hast und die wahrscheinlich auch immer mehr, also zumindest mal drückst du immer weiter in den Fokus mit jedem Sieg, den du dort hast. Wenn du jetzt nach London fährst, letztes Jahr zum Beispiel, da bist du ja nach Hause geflogen sozusagen, währenddessen die anderen dort übernachtet haben und bist dann wieder hingeflogen. Das ist aber jetzt dann in der Tat dann anders. Du kannst dich dann halt voll auf das Turnier konzentrieren, jetzt als Profi. Ja, auf jeden Fall. Also ich müsste jetzt halt nicht wieder diesen Reisestress in Kauf nehmen und noch zwei Tage arbeiten fliegen. Ja. Das ist halt schon anstrengend gewesen. Spielst du jetzt eigentlich jedes Wochenende ein Turnier? Meistens ist jedes Wochenende ein Turnier, ja. Manchmal qualifiziert man sich nicht für ein Turnier, dann hat man ein bisschen Pause, aber wenn man gut ist, hat man, glaube ich, jedes Wochenende ein Turnier. Jetzt ist Darts ja wirklich ein boomender Sport, kann man so sagen, und formt auch wirkliche Stars, Michael van Gerven, Anderson. Wie ist denn das so? Hast du mit denen auch ordentlich Kontakt oder geht man abends noch ein Bierchen trinken mit denen zusammen oder trifft man sich mal so, tauscht man sich aus, nimmt man sich da Tipps, nehmen die sich Zeit, wie muss, oder ist das sehr anonym? Ja, also die sind alle ganz nett und man grüßt sich, man hat ein kurzes Smalltalk. Natürlich hat man wie überall immer die Gruppen, wir Deutsche, Österreicher sind halt so eine Gruppe, allein schon hinter Sprache und wir machen dann halt abends mehr zusammen als jetzt mit dem Van Gerven oder so. Also so mit Max Hopp, Martin Schindler, so die bekannten Deutschen. Aber wenn du dann mal so unter der Woche unterwegs bist oder bist hier zu Hause, gehst du dann auch mal ab und an nochmal so in deine Stammkneipe rein und zockst mit den Jungs ein bisschen an der Dartscheibe? Ja, natürlich und jetzt kommen auch öfters hier in meinen Trainingsraum mal Freunde und spielen mit mir eine Runde und ja, auf jeden Fall. Prima, also ich würde sagen, wir werfen gleich auch nochmal, das habe ich damals mit Martin Schindler schon mal gemacht, als wir auf der großen Bühne in der Saarlandhalle gestanden haben, drei Darts gegeneinander, mal gucken, wer das Ganze so gewinnt und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal an die Dartscheibe und da versuche ich mal mein Bestes. Das war schon mal. Das ist jetzt schon mal der erste, der in meinen Ring geworfen hat. Das macht mal. Siehst du? Wir machen das nochmal von vorne. Der war bis jetzt noch ganz. Der war bis jetzt noch ganz, siehst du? Dann klappt das nicht so. So. Das ist ja um 4,90 Punkte. Geht ja mal für den Anfang. Ja, das ist gut. Also auch wenn es keine 180 war, man sieht aber schon, dass es deutlich mehr Punkte sind als bei mir. Wenn ich echt erstaunt bin, dass der Unterschied nicht ganz so groß war, aber es hat wahrscheinlich nicht gereicht, um so ein Turnier zu spielen. Gabriel, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bei deinem Turnier in Saarbrücken und bei allen anderen Turnieren. Wir werden das weiter verfolgen und freuen uns, wenn du deinen Weg gehst. Danke. 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 Danke.